Hallo Leute, euer Marc Bellinghaus, der Influencer. Ja, ich habe jetzt noch eine Stunde 20 bis zu meinem ersten Gerichtstermin vom Landgericht Münster. Und ich habe da irgendwie so einen Tick, bevor ich da ins Gericht muss, mache ich immer die Wohnung sauber. Aber ich wollte mit euch unbedingt noch diese unfassbaren Tulpen teilen, die ich euch schon gezeigt habe. Am Samstag habe ich die gepflückt, die werden immer größer. Ja, ist das nicht irre? Ich habe ja noch nie so eine schöne, so eine tolle Tulpe. Die sieht überhaupt nicht aus wie eine Tulpe. Aber ich wollte das mal mit euch teilen. Dieses Stilleben wird einfach immer schöner. Also, das hat sich gelohnt, zu diesem Tulpenfeld zu gehen. Und hier sind die beiden weißen Tulpen. Sind so schön. So schön. Ich sage denen das auch. Ja, ist ein bisschen verrückt. Ach genau, und hier ist noch was Wunderschönes. Die hübsche Tamina Kallert von dieser Feier vom WDR. Da hatte ich ein Foto mit ihr. Da hatte ich ja meine Ukraine-Fahne auch in der Hand. Zu Gast bei der WDR 3 Geburtstagsgala. Ganz tolle Frau, ja. Und dann nochmals alles Gute. Ich weiß, ihr wünscht mir Glück. Und ich weiß, dass ich das gewinnen werde. Also, ich werde dieses erst in ein paar Tagen posten, dieses Video. Weil ich jetzt einfach vollkommen auf Mittwoch fokussiert bin. Bis dann, euer Marc. Tschüss. 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 Vielen Dank.